Der Handel auf den Weltmärkten Wir haben keinen Strom und keine Heizung mehr Weiß jemand, wo wir unterkommen können? Nirgendwo bist du sicher. Jeder, der meint, dass du was zu essen hast, ist bereit, dich dafür umzubringen Wir sind Töne, haben Militärwaffen und Armeefahrzeuge Weiß jemand, was los ist? Das ist wie ein Kriegsschiff auf Rädern Ich kann mir eben einen Dutzend Panzer nach Süden rollen sehen Es sieht aus, als ob jemand die Oberhand gewinnt Wer zum Teufel ist das? Wenn wir dieses Chaos beenden können, sind wir nicht auf Ihrer Seite Bürger der Welt, wir geben hiermit bekannt, dass die Order of Nations ab sofort für globale Sicherheit sorgt und die Grundversorgung wiederherstellt Wurde uns nicht! Haben die Freunde? Die wollen uns helfen! Pass auf, was du sagst! Jede Nacht verschwenkt mehr Leute! Ich habe gehört, dass ich an die Vier-Stadt-Bewegung melde! Es ist an der Zeit zu kämpfen! Ich habe gehört, dass die Vier-Stadt-Bewegung im